Vor 20 Jahren erhielten wir einen ersten Einblick in die Welt der Zauberei. Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin was? Und wir waren alle verzaubert. Ich will auch ein Zauberer sein. Es ist eine Welt, die das Gewöhnliche verzaubert. Unsere Sinne verhext. Und unsere Vorstellungskraft entfesselt. Wir durften Großes von Ihnen erwarten. Sie gibt uns die Chance, Zeit mit alten Freunden zu verbringen. Und völlig neue kennenzulernen. Ob als Buch, auf der Bühne oder auf der Leinwand. Es ist alles Teil einer Welt, die unsere eigene inspiriert hat. Sämtliche großen Zauberer der Geschichte waren am Anfang nichts anderes als das, was wir heute sind. Und wenn wir es schaffen konnten, können wir das auch. Und neue Abenteuer kündigen sich bereits an. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Was heute noch unvorstellbar erscheint, wird morgen schon unausweichlich sein. Sollten Sie tun, worum ich Sie bitte, müssen Sie mir vertrauen. Selbst wenn jeder Instinkt sich widersetzt. Wenn man sorgfältig genug zuhört, dann flüstert die Vergangenheit zu uns. Wir wünschen, Albus Dumbledore zu sehen. Das wäre dann mein Bruder. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Grindelwald reißt sie durch Hass auseinander. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen Sie mir vertrauen. Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Ein Magizoologe, seine unverzichtbare Assistentin. Ein Zauberer aus einer sehr alten Familie. Ein Professor. Und ein Muggel. Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Warte, du machst Witze, oder? Wem würde die Aussicht nicht gefallen? Dann wollen wir mal die Welt retten, was? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Seitwärts Staxen, aber ganz behutsam. Ich Staxe genauso seitwärts wie du. Unser Krieg gegen die Muggel. Was ist das, Warnert? Der Raum, den wir uns wünschen. Korrekt. Drei Punkte für Hufflepuff. Darf ich? Nein. Ist sehr gefährlich. Und sehr mächtig. Wenn er in die falschen Hände gerät. Kann es übel ausgehen. Und wo haben Sie den her? Habe ich zu Weihnachten bekommen. Wir brauchen Erinnerungen. Ohne sie sind wir blind. Ohne sie überlassen wir dem Zufall das Schicksal unserer Welt. Es tut mir leid, Sie zu stören, Albus. Aber es gibt beunruhigende Neuigkeiten. Worum geht es dabei? Um Grindelwald. Unsere Stunde rückt näher, meine Brüder und Schwestern. Unser Krieg gegen die Muggel beginnt heute. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich auf. Wenn wir ihn besiegen wollen, dann müssen Sie mir vertrauen. Mr. Kowalski, wir brauchen Sie. Ich sagte, ich bin raus und ich bin raus. Aber Sie wissen, dass ich eine Hexe bin, oder? Dumbledore hat mich gebeten, dir etwas zu geben, Jacob. Diese Truppe wird den gefährlichsten Zauberer seit langem zur Strecke bringen. Er würde da nicht auf uns setzen. Niemand darf alles wissen. Nicht einmal du. Was du tust, ist wahnsinnig. Hinten wir uns! Ob mit dir oder ohne dich, ich brenne Ihre Welt nieder. Gefährliche Zeiten begünstigen gefährliche Menschen. Wenn wir bis zur T-Zeit noch alle am Leben sind, dürfen wir unser Unterfangen als Erfolg betrachten. Mr. Kowalski ist mir ein Vergnügen. Hast du wirklich vor deinesgleichen den Rücken zuzukehren? Du hast davon gesprochen, die Welt umzugestalten. Selbst wenn wir Fehler begehen. Akio! So können wir doch versuchen, sie wieder gut zu machen. Wir werden etwas Hilfe brauchen. Selbst du kannst mich nicht aufhalten. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Haben Sie Freude an Ihrem Zauberstab, Mr. Kowalski? Darf ich den behalten? Merke an Ihrem Zauberstab, Mr. Kowalski ist an Ihrem Zauberstab. Karl-owana- nghĩ